wir machen weiter mit dem ding in der krepp da kann ich ja fliegen kann ich nicht doch kann ich wohl weil ich kann damit die beste bischof ist das beste reisen halt mal kurz das ist ich habe es mir doch schon fast gedacht unterrichtsraum für die jungen künste ich habe kleise vorahnung gerade dann gehen wir mal an die karte so gut ja da steht auch schon das ist wahrscheinlich auf dem skriptorium entdeckt das zauberbuch von salazar slytherin war schwierig zu interpretieren aber faszinierend er hat den unterricht in schwarze magie in hawkworts gefördert weder der imperius fluch noch der todesfluch waren damals unverzeihlich ok schüler sollten wenn nötig darauf vorbereitet sein schwarze magie zu benutzen und sie nicht fürchten darum mussten wir kruzio einsetzen um ins skriptorium zu gelangen er wollte nicht dass sein wissen zu jemanden gelangt der angst vor schwarzer magie hat es war nicht leicht aber kruzio war unsere einzige option ich bin froh darüber denn in dem zauberbuch war noch etwas hinweise auf ein verlorenes relikt das offenbar dem besitzer die macht gewährt flüge der schwarzen magie umzukehren und du glaubst dieses relikt könnte er retten ganz genau nach dem relikt suchen aber wir sollten es keinem erzählen vor allem nicht ominous er würde es nicht verstehen wie soll sie sagen es ihm sagen durch ihn haben wir das buch gefunden und er sollte wissen was du erfahren hast du weißt wie sehr die dunklen künste fürchtet ich sage es ihm sobald ich das relikt gefunden habe wenn ich mehr weiß schicke ich eine eule und macht ihr keine sorgen um ominous das jetzt für uns zu behalten ist zu seinem besten ich entscheide was zu meinem besten ist ominous wir wollten gerade frische luft schnappen kommst du mit sebastian du lügner ich habe alles gehört du hast geschworen nie wieder etwas mit schwarzer magie zu tun zu haben nein ich sagte nur ich verstehe dass du das willst ich gebe die suche nach einem heilmittel für ein nie auf du kannst einfach nicht aufhören was ich weiß wann ich nicht aufhören soll das ist ominous ich muss jetzt los so ich werde nicht aufgeben dann machen wir das auch ich weiß zu schätzen dass du mich einweilen wolltest aber die suche nach dem relikt ist keine gute idee sebastian weiß es nicht einmal aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine eltern damals deshalb sind sie gestorben was passiert ich weiß dass seine eltern tot sind aber was ist passiert mr und mrs sello waren professoren sie verbrachten viel zeit in der keller bibliothek immer die nasi in den büchern erinnern und sebastian waren oben als es passierte sie hörten ein krachen und rannten die treppe runter doch es war zu spät ihre eltern lagen auf dem boden durch einen defekt der lampe im keller füllte sich der raum mit einem nicht nachweisbaren gift sebastian und ann waren hilflos sie konnten noch nicht zaubern eine schreckliche geschichte ja genau darum kann ich sebastians leichtsinn nicht nachvollziehen ich habe er im grunde verloren ihn will ich nicht auch noch verlieren bitte beide alles was mit diesem zauberbuch zu tun hat es gibt immer behoffnung die hinweise im buch wirken vielversprechend alles was mit salazar slytherin zu tun hat scheint vielversprechend bis es zu spät ist ich hoffe sebastian lässt die sache sein aber wenn du was anderes mit kriegst sagst mir bitte ich würde mich freuen so haben wir jetzt als nächstes man muss gerade allerdings aufgekloppt die mission aufgekloppt ich hatte die kann welche das ist die das ist auch die popy mission da oben aufträge aber die schon jetzt wieder fertig mission guck mal was hier noch was gibt was ich nicht weiß da ist irgendwas okay wir sind nur nicht verlassen da dachte ich wir kriegen eine tolle mission jetzt irgendwie nur dass da jetzt noch ein bisschen was tolles kommt aber auch nicht nur das haben wir denn noch schön ist kein berühm okay sehr klar das war meine leute ich will eigentlich schon so weit fällig sein wir haben aber schon noch ja noch die mission mit den dings nur mit den karten mit der mit der mann mit der pflanze mal nicht oder schatz und ernte flussgras bitte so weitemal schien ist kalko und eine raun und eine winemosa tentakula gut das war also quasi noch hocks mit weil das ist jetzt natürlich zu kurz um das folge zu präsentieren ich möchte gerne noch ein bisschen verschaffen heute die magische rübe so müssen wahrscheinlich jetzt alles sammeln kaufen bekommen ein paar sachen verkaufen das ist der verkaufen ich kann jetzt mal alles fertigen so dass wir brauchen pflanze flusskreis flusskreis zu haben brauchen wir lassen sie wissen wenn ich ihnen sonst noch helfen kann so ok dann haben wir das auch meine regale wären leer so jetzt müssen wir noch mal schnell zu dem anderen haben wir jetzt auch noch irgendwie anders haben wir hier ist der alte ma ja dann brauchen wir noch nicht mal wo waren das das war nicht das das hat er doch in der mission hat auch geschrieben wollen wir wollen müssen oder wasserwegerich und knollenblätterpilz besuchen so ich brauche auf jeden fall kaukohl allraune und winemosa ist das ding wasserwegerich anders was das denn hin gibt das ist das laden wasserwegerich anders Ich werde mal wissen, dass... Jetzt muss ich gerade wieder suchen. Ich werde mal wissen, dass ich... So, ich muss gerade nur gucken. Okay, ich muss nochmal hier hoch. So, dich möchte ich... Jetzt, Sie suchen was Neues. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. So, Geschäft Wasserwegerischen Knollenbilletterpilz. Ich muss... Heißt also der Laden. Aber wo gibt's den Laden denn? Honigdorf, Sieblin, Zöhne. Südhuxmied. Pälzer und Schriftrollen. Eberkopf. Ollivanders. Halbbesen. Zonko. Mission. Stabel und Brut. Pippins. Der hat ihn nah. Ach, hier oben ist der Laden. Oh, Alter. Okay, der ist ja schon gut versteckt, aber wir haben ihn gefunden. Und da sollen wir dann die Kampfdinger holen, die drei. Und die müssen wir dann gleichzeitig den Gegner mal einsetzen. Zieht sich gerade ein bisschen in den Weg. Das war noch eine Idee. So, da hoch müssen wir. Entschuldige, hast du mir einen gefallen? Jetzt gerade nicht. Wir kaufen. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. So, das wir auch noch kaufen hier. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. So, Pflanze, der hat der Fluss, krass. Was rasselt denn da aus? So, kommt hier? So, wie war ich? Was ist denn da? Was ist denn da? Oh, ich bin da. Was ist denn da? Oh, ich bin da. Dasstehle. Das war ich bin. Oh, ich bin da. das war dachte ich nur ist das so allerdings ist aber okay wir können die jetzt gerade nicht die drei pflanzen so ich bin sogar ganz kurz wohin flüchten weil da ist ich habe keine ahnung warum es an den wirbel um das wilde drückt es gibt genug tierwesen für wir sollten ausrüsten aufgabe erledigt so und dann müssen wir noch mal zu kräuterkunter unterrichte mich schluss machen was war das ok für 1000 goldminzen wir haben keine goldminzen mehr so jetzt muss ich gerade gucken warte auf die karte gehen so warte mal da würde ich hin genau da würde ich hin ich sage ja immer reisen erweitert den horizont so jetzt muss ich kann ja noch mal rein warum ist das ding verschlossen was ich jetzt richtig ist es auf kauf oder hat weil ich mich auch schon zu unter andern ich bin 2000 soll aber sich richtig investieren ich will die aufgabe wird zu lernen muss ich das nicht selber machen gibt es hier irgendwo große töpfe fragezeichen oder muss ich die jetzt echt mir diese tausend goldmünzen zusammen sammeln super könnte ich mir nicht mehr helfen irgendwie Professor Garlick, hätten Sie einen Moment Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt Okay Die ist aber auch noch sehr jung Da hast du keine Möglichkeit, mir mal so einen Scheiß Guck mal, wo muss ich jetzt hin? Nach Horkspeed Da muss man den Schriftrollen Sicherlich hier unten Also scheinbar ist es genauso Da war was Also doch da unten Warte mal So Also Ist hier im Laden drin wahrscheinlich, oder? Ne, das ist hier vorne, wo ist das so? Da ist sie! Und hier hat auch noch eine, ne? So, Thomas Brown. Sicher nicht viel. Einfach mit ihnen Geschäfte zu machen. Super. Sie haben wohl nicht genug dabei. Ja, leider nicht. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen andere... Warte, 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 warte. Ich versuche mal, gerade was rauszufinden. Ausrüstung, da müssen wir das heute leider nicht abschließen. Oder können wir das heute nicht abschließen? Äh, ne. Dann kannst du dir anschauen. An, was wir haben. Dann kannst du die Handschuhe haben. Brauchen wir nämlich nicht. Ja, da müssen wir leider auch ein bisschen sparen. Wir haben jetzt ein Viertel davon. Also, wir brauchen Geld. Wir brauchen nicht. Wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Dann war hier noch eine Trüe. Naja, wenn ich Ihnen mal sage... Wieso Geld zumindest? Etwas. Wieso Geld zumindest? Etwas. Nachmachen. Ne, ich bin raus heute. Bis dann. Tschüss.